hallo hallo schönen tag so ich möchte euch mal zeigen hab da bei action weitere sprühe und zwar die habe ich schon auch gemacht es steht einmal neon einmal normal neon und einmal metallic in der vorigen vorigen serie da war nur ein punkt sondern ein pfeil dass die was war neon oder was und oder glitzer und diesmal guckt mal mit metallic und das ist eben so drei stück sind drin ja ich würde sagen was ist das schon wie heißt denn die farbe jetzt steht auch nichts das ist auch nicht bronzen oder ja eben in dem päckchen sind dann schwarz gelb neon und metallik heißt es denn jetzt richtung braun aber gold richtung wollte so dass dann das nächste päckchen ist dann diese braune version und rosa und pink starkes richtig so dann schokobrauen würde ich sagen dann kommt noch so ein braun metallic ja so kupfer ähnlich steht auch bei den stehen in dem fach wo auch die vorige serie stand dann ist dann so eine grün blau ich würde sagen wieder andere farben das ist ja grün eben normal das blau ist neon blau und dann das da ist so ein dunkles silber ich würde eh sagen so ein bronze ne so ein dunkler wie anthrazit ähnlich ne ja und da sind dann so eine farbverläufe das ist lila rosa und da ist so ein helles rosa so ein alt rosé oder sehr sehr zartes ne solche farben auch schön das ist lila weil meine kamera manchmal zeigt sie als blau aber es ist schönes lila ok sind dann das ist normal das ist neon und das ist dann metallik ja gab hier 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 aprikot rosa und rosa und gold ne grün blau und dann rosa lila diese farben auch den preis bin ich jetzt nicht sicher ok so ihr lieben das war es dann danke fürs zuschauen und bis demnächst tschüssi hier 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 hier